Applaus Also ich bin begeistert, weil ich finde Oper oft ein bisschen anstrengend und es war sehr ausgewogen. Ich wurde getragen von der Geschichte. Ja, es war toll. Es war ein großartiger Abend. Das ist eine Oper, die ich nicht kannte, die wunderschöne Musik hat. Es ist eine tolle Inszenierung. Wir haben am Anfang gelacht, wir haben am Schluss ein paar Tränen vergossen, weil es so traurig war. Zauberhaft und überraschend auf jeden Fall, weil es waren so Momente, wo man sich fragt, wo kam das rote Kleid her? Was ich mir hier besonders gefallen hat, war, dass die Welt war, so eine fantastische Welt sozusagen, wo man so in diese Bilder so reingesogen wurde in so einen anderen Kosmos. Hat alles gestimmt da, die ganze Aufführung war wirklich toll. Super, weil es so ist, dass wir die Welt nehmen. Es ist eine tolle Inszenierung. Also wirklich so bunt, so überraschend. Es war eine fantastische Vorstellung mit ein und ein paar Verrassungen und für Operaliefhebbers und für nicht-Operaliefhebbers. Ich bin wirklich völlig begeistert. Passiert mir nicht so oft. 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 Untertitelung des ZDF, 2020